Auch die Pfullinger Schützengilde hat heute einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Interessierte konnten sich am Lasergewehr mit digitalen Zielen probieren. Für Mutige stand auch ein Luftgewehr zur Verfügung. Im Außenbereich konnten Besucher außerdem mit einem Bogen schießen. Mittags trat die Band Ever Youngs in der Gaststätte der Schützengilde auf und sorgte für Stimmung. Auch bei der Schützengilde selbst gibt es dieses Jahr einen Grund zur Freude. Denn der Verein feiert seine 70-jährige Wiedergründung.